Okay Guck doch mal da oben sind die Kisten Ah, Scheiße Komm mal her, her Hast du ne Pistole? Ne Ist egal, ich kann was anderes nehmen Die ist auf die liegende und du auf die stehende, okay? Ich kann einen Molo schmeißen Können wir dann nachschmeißen, wenn das nicht reicht Okay, eins, zwei, drei Eins, zwei, drei Krass Waren da Gegner oder waren wir einfach nur dumm? Das war, wir waren zu nah dran, aber ich dachte nicht, dass die Explosion so weit reicht Komm mal her, Eric Komm mal her Hi Leute Zuerst machen, wo du da unten standest